Windows 11 hat bei Microsoft die Ära des Cloud-Zwangs eingeleitet. Es fing damit an, dass man sich offiziell nur mit Cloud-Konto bei Home anmelden konnte. Später wurde das auch weiter ausgedehnt und verschärft. Doch das war erst der Anfang. Relativ unbemerkt ist Windows mittlerweile schon deutlich weiter. Genau das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich habe Windows 11 mit einem Trash-Microsoft-Konto installiert, damit ihr es nicht müsst. Mir sind dabei vor allem drei Dinge besonders negativ aufgefallen. Denn das erste ist die ständige Werbung. Schon bei der Einrichtung wird man mehrfach gefragt, wollen Sie nicht Microsoft 365 abonnieren? Das ist auch ein Monat kostenfrei oder Game Pass oder dies oder das. Man hat da zig Fragen, wo man sich durchklicken muss. Und während das relativ ausführlich ist, sieht es bei den sogenannten Datenschutzeinstellungen international schon ganz anders aus. Da hat man bloß noch eine Seite, wo das alles zusammengefasst ist. Auf der ist aber alles automatisch angehackt, dass man im Standard, wenn man hier bloß weiterklickt, maximale Daten sammelt und an Microsoft sendet. Doch das Extremste finde ich, wie weit der Cloud-Zwang hier bereits Realität ist. Der Zwang zum Microsoft-Konto in Windows 11, der bezog sich anfangs ja in Anführungsstrichen nur auf die Anmeldung am Computer. Das heißt, statt lokal zu gucken, ob das Passwort stimmt, wird das jetzt bei Microsoft-Konto in die Cloud geschickt und die sagt, ja, du darfst dich anmelden, dann kann man den Computer lokal nutzen. Die gespeicherten Daten blieben grundsätzlich erst einmal lokal, außer man legt sie bewusst über zum Beispiel OneDrive auf fremde Server in externen Cloud-Diensten. Doch Microsoft synchronisiert mittlerweile bestimmte Ordner aus den Bibliotheken automatisch in OneDrive. Das ist zum Beispiel der Desktop, was man da an Daten liegen hat, Dokumente und Bilder. Hierfür muss der Nutzer nichts mehr aktivieren. Er wird nicht mal informiert, dass eben seine Daten, wo er denkt, die liegen lokal in meinen Bibliotheken, auf meinem PC, dass die eben automatisch in die Cloud von Microsoft geladen werden. Als wäre das nicht schon dreist genug, gehen sie sogar noch einen Schritt weiter, nämlich mit der neuen Windows-Sicherung. Die ist seit Ende 2023 Bestandteil von Windows. Sie soll eben die Dateien auf dem Computer in der Cloud bei Microsoft sichern und zwar nur da. Man kann kein anderes Sicherungsziel auswählen. Über die Windows-Sicherung werden nicht nur Bibliotheken, also persönliche Daten von euch, in die Cloud übertragen, sondern auch andere potenziell sensible Informationen, wie zum Beispiel Verbindungsdaten vom WLAN, also das WLAN-Kennwort, oder andere Zugangsdaten. Nur dank der EU ist es zumindest hierzulande weniger schlimm. Die DSGVO, die akzeptiert nämlich kein stillschweigendes Zustimmen, wenn man das irgendwie auf Seite 92 in den AGB erwähnt, sondern hier muss man aktiv etwas tun, wenn man nämlich als Land zum Beispiel Deutschland einstellt, dann hat der Assistent eine weitere Seite, wonach der Auswahl zur Werbezustimmung gefragt wird, ihre Dateien in OneDrive sichern. Da kann man sagen, ja, ich möchte sichern oder ich möchte nicht. Das besitzt sich jeweils auf beides, also auf die Synchronisation mit OneDrive, wo Änderungen sofort in die Microsoft Cloud geladen werden, aber auch die neue Windows-Sicherung, die hier mehr umfasst. Die Datenschutzeinstellungen sind zwar in der EU immer noch manipulativ, aber schon deutlich weniger. So ist auch hier keine Vorauswahl getroffen, sondern da muss man sich selber entscheiden. Interessanterweise ist das hier dann deutlich ausführlicher. Weltweit ist alles auf einer einzigen Seite untergebracht. In der EU haben wir für jeden Punkt eine einzelne Seite, wo längere Texte drauf zu sehen sind. Die Botschaft ist da immer die gleiche. Sende mehr Daten an Microsoft, das ist nur zu deinem Besten. Und natürlich hat das keine Nachteile für dich. Es gibt also verschiedene Versionen von diesem Installationsassistent, die sich je nach ausgewähltem Land anpassen und dann eben bestimmte Sachen anbieten oder eben nicht. Wer außerhalb der EU ist, der ist als Verbraucher im Nachteil. Da gehen Grüße raus an Großbritannien, die ja der Meinung waren, mit dem Brexit haben sie sich da einen super Gefallen getan. Vor allem aber zeigt dieses Experiment, dass Microsoft keineswegs schon alles ausgeschöpft hat. Sie sind sogar bereit, weitaus extremer abzudriften, wenn sie sich die Konzerne nicht durch Regulierung dazu gezwungen sehen, zumindest einen Gang runterzuschalten. Das Geschäft mit Cloud, das läuft prächtig, das ist die Gelddruckmaschine, haben auch die letzten Quartalszahlen wieder gezeigt. Cloud und Software, das sind die Branchen, die Microsoft am meisten Umsatz und damit Profit bringen. Aber die Traummargen, die sind schon ein bisschen wieder gesunken. Sie haben in Anführungsstrichen bloß noch 36,8 Milliarden US-Dollar mit Cloud umgesetzt, ein Plus von 21 Prozent. Das war schon mal mehr und sowas, das sehen die Aktionäre gar nicht gerne. Die wollen nur Wachstum, je mehr umso besser. Daher können Windows-Nutzer davon ausgehen, dass Microsoft nicht aufhören wird, sondern die werden sich jetzt neue Sachen einfallen lassen, wie sie eben noch mehr Geld aus euch herausholen können. Sehr wahrscheinlich mit noch mehr Cloud und Abo-Diensten, da kann man einfach mehr Geld rausholen. Mit Cloud bezahlt man auf Dauer gesehen mehr. Außerdem hat man die Abhängigkeit viel weiter erhöht, sodass man Preisverhörungen auch besser durchdrücken kann. Wusstet ihr, dass man in der EU ein weniger schlechtes Windows kriegt als im Rest der Welt? Schreibt es gerne mal auf uLabs.de, ins Forum bei uns oder in die Kommentare. Ansonsten findet ihr an der Seite noch weitere Videos, wie Microsoft zunehmend versucht, seine Nutzer und Kunden einzuschränken sowie oft auch über den Tisch zu ziehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.